Lang ist es wieder her, aber es ist Unboxing-Zeit und zwar zweimal. Diesmal von AEG, nämlich Whirling Witchcraft und Ten. Hallo, wir sind die Hau, sie ist Tanja, Torsten, Familie Enterich und ja, wie wir schon gesagt haben, es ist wieder Unboxing-Zeit. Wir haben hier zwei Spiele, diesmal englischsprachige. Ja, AEG, einmal Whirling Witchcraft und Ten. Genau, wir haben die Spiele schon mal gespielt, sie wurden uns schon mal gezeigt. Der Brecht-Spiel hat uns schon einmal vorgestellt und da haben wir uns gesagt, Mensch, die sind klasse, die wollen wir euch auch mal näher zeigen. Genau, die wollen wir uns mal genauer anschauen und jetzt machen wir erstmal die Folien ab, damit es sich nicht zu sehr spiegelt. Und dann schauen wir natürlich zusammen, Perspektivenwechsel, was in den Kisten drin ist. Und ja, wir haben es wie gesagt schon gespielt und uns hat Spaß gemacht und es hat halt, es war halt sprachneutral, ne? Ja, weitestgehend, ne? Ja, weitestgehend, ja gut, hier ist ein bisschen mehr Text. Genau, also die Anleitung, klar, ist auf Englisch, aber die Karten hier bei Ten sind absolut sprachneutral. Und bei Whirling Witchcraft, da hat man dann so ein paar kleine Sätze auf den Karten drauf. Genau, das sehen wir uns ja genauer jetzt an. Wir zeigen euch jetzt erstmal natürlich einmal rundherum den Karton und ja, und gleich heben wir natürlich die magischen Deckel ab. Genau, und... Auf jeden Fall Ten, schön bunt auf jeden Fall. Schön bunt, ja. So, dann fangen wir mit dem kleineren Spiel an. Das ist jetzt Ten, wie gesagt, es ist auf Englisch das Spiel, aber das macht in dem Fall gar nichts, weil, wie ihr seht, die Karten, die sind sprachneutral. Richtig, reicht, wenn einer die englische Anleitung euch dann mal erklärt. Ja. Na? Na, wird's gehen? Ne, irgendwie nicht. Und das, obwohl hier so Hilfen sind. Mann. Ja, super. Sehr spackes. Sehr eng eingepackt. Ja, hier ist die Anleitung. Ja, die nehme ich mir nochmal. Für dich. Die Kenntnis ja schon. Genau. Hier haben wir die Spielchips. In Summe 15 Seiten. Okay. Mit Varianten sehe ich gerade. Ja, genau. Es gibt eine Busting-Variante. Aha. Ja, hier haben wir hier diese... Und Solitär. Diese Chips. Die kennen wir auch aus anderen Spielen. Und dann haben wir hier schon die Spielkarten. Schauen wir mal. Ach, hier. Genau. Ja, wir haben das Spiel... Im letzten Jahr haben wir das einmal gespielt. Da hat der Olli und die Anna das zum Spielen mitgebracht. Also Brett spielt Teddy Olli. Und ja. Hat uns gut gefallen, ne? Hat uns gut gefallen. So in der Erstpartie. Und so, dass wir uns das auf jeden Fall anschauen wollen. Und ein bisschen öfters spielen wollen. Ja, hier haben wir jetzt die Kurzspielanleitung. Ja, für jeden Spieler eine, ne? Ja, genau. Rückseite immer gleich. Genau. Rückseite sind bei beiden gleich. Und hier haben wir dann die verschiedenen Zahlenkarten. Auf jeden Fall schöne Farben, frohe Karten. Genau. Und hier haben wir dann die Farben, genau. Und dann hier, das sind dann die Einsätze, waren das dann irgendwie, ne? Das waren diese Punktechips, mit denen du dann wahlweise eben halt dann die Karten bezahlen kannst. Ja, genau so war das. Das ist richtig in Erinnerung, aber... Ja. Ja, auch ich hier nochmal, den zweiten Kartenstoß. Ich finde hier schön über dieses Spiel zwischen matt und glänzenden Karten-Effekten. Ja. Schön. Ja, wir werden das Spiel ausgiebig testen noch. Und dann werden wir euch natürlich davon berichten, wie uns das gefallen hat. Jetzt kommen wir direkt mal zum nächsten Spiel. Ja, der Karton ist etwas größer, wie ihr seht. Whirling Hütschkraft. Ja, haben wir auch einmal gespielt, auch mit dem Olli und Anna. Und hier haben wir jetzt das Seitenprofil. Und auch nochmal von hinten. Ja, ich bin jetzt sehr nah dran mit der Kamera. Aber dann seht ihr auch genug. Ja, das ist... Was war das jetzt hier? Für wie viele Spieler... Was haben wir hier stehen? Zwei bis fünf Spieler. Ab 14 Jahre 30 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange wir tatsächlich gespielt haben, aber ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ja, kommt ungefähr hin. Ja, hier ist die Anleitung. Anleitung nehme ich doch mal. Gucken wir gemeinsam mit euch mal rein. Gucken wir mal, wie viele Seiten das sind. Ach, das geht aber eigentlich. Ist überschraubbar, ne? Also in Summe sind wir bei... Ja, das sind die Creditsseite, die ist ja nicht wichtig. Sieben Seiten. Ja, hier haben wir jetzt die Stanzbögen, wo wir dann die einzelnen Zöpfe haben. Ach ja, die Kessel. Die müssen ja zusammengebaut werden, richtig? Genau, die müssen zusammengebaut werden. Und hier haben wir die einzelnen kleinen, ja, die stabilen Karton, die man hier ausdrücken kann. Ja, das werden die Kessel in den verschiedenen Spielerfarben, Vorder- und Rückseite. Die setzen wir da mal zusammen und damit ihr dann seht, wie das aussieht. Und hier haben wir, das sind die Spielerboards, genau. Die einzelnen Spielerfarben. Hier haben wir grün. Dann geht das jetzt hier weiter. Genau, das waren diese Ablageflächen für die Zutaten. Genau. Hier müssen wir nämlich die Zutaten sammeln. Und wenn wir hier zu viele haben, dann kommen die hinterher... Dann gibt es wie einen Spielerpunkte. Dann kriegt er andere Spielerpunkte. Ja, das sind die verschiedenen Spielerboards. Schön farbenfroh, das Design gefällt mir. Ach ja, da waren ja auch die Einsätze drin für die Kessel, wenn die fertig zusammengebaut sind. Genau, hier kann man dann die Kessel nachher reintun, wenn die zusammengebaut sind. Hier haben wir Karten. Ich mach mal hier den großen Beutel auf. Genau. Schön, schön. Also wie ihr seht, wir haben jetzt zwar englische Texte, aber das hier ist sprachneutral. Da sieht man ja an den Bildern, was man sammeln muss für die Auftragskarten, damit man die Rezepte halt vollständig hat. So war das, glaube ich, irgendwie. Ja, genau. Oben das legst du drauf quasi, damit du dann unten das rauskriegst. Richtig. Und das sind dann irgendwelche Sonderkarten, mit denen haben wir noch nicht gespielt. Genau, das war die Variante mit den Fähigkeiten der Magier. Genau. Die haben wir noch nicht gespielt, wir hatten nur einmal bis jetzt das Grundspiel in Anführungsstrichen. Hier haben wir dann die einzelnen Spielerphasen nochmal erklärt. Hier haben wir die Rückseite der Karten. Aber wie ihr seht, es ist auch relativ sprachneutral. Also wir haben jetzt hier wirklich nicht viel englische Texte. Die sind eigentlich überschaubar. Jetzt nur bei diesen Sonderkarten hier. Aber das kann man sich dann einmal übersetzen. Wobei ich sehe gerade, das ist ja alles, hier bei der Karte, das ist ja alles der gleiche Text hier zum Beispiel. Das sind gar nicht so viele verschiedene Texte. Gut, hier kommt noch was anderes. Aber das ist wirklich überschaubar, was man, glaube ich, an englischen Kenntnissen haben muss. Genau, da kommt man sehr gut durch, denke ich mal. Und die zwei, drei Texte, die da in Englisch sind, die kann man sich auch bei Google übersetzen. Das kommt so sehr gut hin. Genau. Dann kommen jetzt gleich noch hier Wurststoffwürfel. Die bin ich gerade dabei, schon hier diesen kleinen Silikonbeutel rauszunehmen. Die kommen hinterher in den Kessel und der wird dann weitergereicht. Das ist eigentlich ein schönes Spiel. Also mir hat es direkt gefallen. Wir haben es einmal gespielt. Hat mir eigentlich Spaß gemacht. Aber ich habe das Spiel, glaube ich, auch gewonnen. Ja, wir werden das uns auf jeden Fall noch genauer anschauen. Und werden wir euch nochmal, ich glaube, ich mache mal eben so einen Kessel zusammen. Na, schaust du es ohne Anleitung? Ohne Anleitung, ganz mal so in Ruhe. Ich will hier auch nichts kaputt machen. Aber vielleicht, ich denke mal, wir werden einen so einen Kessel mal zusammenbauen und euch den jetzt einblenden, damit ihr seht, wie das aussieht. Und ja, wir schaffen das schon. Aber das geht eigentlich gut raus hier. Da muss man das rausdrücken. Ja, ich werde das jetzt einfach mal zusammensetzen. Und wie gesagt, dann blenden wir euch den Kessel dann einmal ein. Das war's für heute. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Hausis, Tanja. Torsten. Und Familie Enterich. Tschüss. 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 Vielen Dank.